Ja hallo zusammen, herzlich willkommen zum Core Set 2019 Bundle Unboxing. Habe ich richtig Bock drauf, cool dass ihr mit dabei seid. Das Video heute ist auch wie immer gesponsert von Games Island, kennt ihr ja schon bestimmt aus der Unboxing Reihe. Vielen Dank nochmal an der Stelle, bin super gespannt was wir finden. Wir sehen auch hier schon Nicole Bolas, der Kollege, der ist diesmal dran. Den hätte ich wirklich diesmal sehr gerne, bin gespannt was wir diese Unboxing Season, so nenne ich es jetzt mal, zusammen aufmachen werden. Dann mal gucken, ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt los. Viel Spaß mit diesem Video. So, hier seht ihr jetzt einmal den gesamten Inhalt von so einem Bundle. Ich habe das schon mal ausgepackt. Ich finde das Bundle ist ein super super cooles Produkt, wirklich, wenn man irgendwie mal in die neue Edition quasi reinschnuppern möchte. Vielleicht will man sich nicht sofort ein ganzes Display kaufen mit 36 Boostern. Hier hat man halt in so einem Bundle 10 Booster. Finde ich, ist eine ganz coole Anzahl. Ein paar Starter Sachen, wie die Länder, die Regelreferenzkarte hier unten, noch ein Würfel mit dazu. Das ist auf jeden Fall ein ganz netter Bonus. Man kann die Box halt sofort wieder weiterverwenden. Kann da direkt ein paar Karten drin aufbewahren oder notfalls auch Decks drin transportieren. Die ist auf jeden Fall ziemlich gut. Also ich war schon immer Fan von den Bundleboxen. Gerade das M19 Design, so mit Nicole Bolas, auch in den dunklen Farben. Dadurch sieht das echt edel und schick aus. Also ich finde es auf jeden Fall immer sehr cool. Man kann die Außenverpackung auseinanderfalten. Hat dann quasi hier dieses recht simple Poster. Aber finde ich cool, dass man das quasi auch wiederverwerten kann. Und dann hat man natürlich immer noch den Players Guide mit so ein paar Bonusinfos zur Story, den Charakteren, den Planeswalkern. Also das ist schon mal ganz cool. Kann man noch ein bisschen sich über die Edition quasi informieren. Wie ist so die Story? Hat hinten auch hier nochmal den Kartenspoiler mit allen Karten, falls man das nochmal hier quasi in Paperform haben will. Ist auf jeden Fall ein ganz schönes Booklet. Finde ich immer ganz nice. Aber jetzt natürlich der ganz interessante Part sind natürlich die 10 Booster. Die wollen wir jetzt noch zusammen aufmachen. Mal gucken, ob wir einen der Planeswalker finden. Oder vielleicht hier den Chef Nicole Bolas höchstpersönlich mal sehen. Ich räume kurz auf und dann machen wir die 10 Booster auf. Bis gleich. So, ich würde sagen, wir können loslegen. Booster Nr. 1 von unserem Bundle. Bin mal gespannt, was wir alles finden. Und ja, ich werde immer schön die Rares nach oben legen, damit wir am Ende auch eine Übersicht wie immer haben. Und ja, gucken wir mal, was wir finden. Fire Elemental, da geht's direkt los. Eine meiner Favorite Artworks. Sehr, sehr, sehr cool. So, wo sind die Ankammern? Ether Tunnel, ja, Milstone, Diagraph Ghoul und der Mistcaller als erstes. Oh ja, das war direkt eine sehr coole Karte. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet in dem Video hier. Ein-Mana-1-1 für die Mehrfolgs vielleicht als Sideboard-Karte, wenn wir ihn opfern bis zum Ende des Zuges, wenn eine Nicht-Token-Kreatur ins Spiel kommt. Und sie wurde nicht gewürgt, geht sie stattdessen ins Exil. Ist immer cool, wenn die Gegner versuchen, durch irgendwelche anderen Effekte Kreaturen ins Spiel zu cheaten, billiger wiederzubeleben aus dem Friedhof. Kann eine gute Karte sein. Joa, nette Eröffnung. Ich guck mal. Ich glaub, hier sieht man ihn noch. Legen wir den mal oben rechts hin. Und nun direkt zum zweiten Booster. Oh, Antizipieren. Immer ein netter Spell. Aber das ist jetzt nicht so die überragende Karte, die wir hier suchen. Ah, Duress. Duress, immer ein Klassiker. Finde ich immer gut. Auch wieder mit einem coolen Artwork, wie ich finde. Sehr nice. Das gefällt mir echt gut. Oh, der Skeleton-Archer. Auch so eine gute Limited-Karte. Sehr nice. Wall of Mist. Take Vengeance. Rogue Loaves. Dragon Egg. Auch ganz nett. Der Poison-Tipp-Archer. Und ich glaub, ich seh ihn. Planeswalker. Es ist Vivian. Vivian betritt unser Bundle. Der erste Planeswalker hier. Sehr starker Start. Nice. Sie finde ich echt cool. Ihr Minus-3-Effekt. Sehr flexibel. Kann Artefakte, Enchantments, fliegende Kreaturen zerstören. Kommt auch mit für 5 Mana, 5 Loyalty. Hält auch recht gut was aus. Plus 1 kann Kartenvorteil machen. Minus 8. Gutes Emblem. Alle Kreaturen kriegen plus 2, plus 2. Wachsamkeit, Trampel und Unzerstörbarkeit. Also da werden die Kreaturen echt ordentlich stark. Kann alleine Spiele gewinnen. Ziemlich nice. Oh ja. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Direkt 2 spielbare Karten. Wobei Vivian ja schon eine ziemlich gute Karte ist. Normalerweise mache ich ja eigentlich keine Planeswalker auf. In meinen Unboxings. Wer hier schon ein bisschen länger dabei ist, der kennt das eventuell schon. Und ja, ungewöhnlicher Start bringt mich auch leicht aus dem Konzept schon. Und oh, Lava Axe. Eine meiner Favorite All Time Ever Magic Karten. So gut catch. Auch mit dem guten Flavortext. Keine übermäßig starke Karte. Aber ich war schon immer Fan. Meine Lieblingskarte der Sets vermutlich. Einfach zu cool. Und was machen die Uncommons? Tectonic Rift. Ein Recollect. Der Meteor Golem. Auch immer eine recht solide Uncommons. Und Itharas. Oh nice. Die hatten wir jetzt letztens im Commander Video. Sehr gute Karte. Kann gut Kartenvorteil generieren, indem sie Kreaturen wiederbelebt. Vielleicht in einem schwarz-grünen Sacrifice Deck. Dann immer, wenn sie angreift, beleben wir eine unserer Kreaturen wieder. Das ist schon ganz nett. Kann man auch mitarbeiten. Also, das sind schon echt ordentliche Deployables. Ich werde schon langsam skeptisch. Nice. So, Booster Nummer 4. Geht los mit einem Mighty Leap Omen Speaker. Auch ganz nett. Oh, die Goblins. Möchte ich auch alle haben hier aus dem Set. Gerne auch die Rare Goblins. Und es gibt echt viele gute Karten hier in der Edition, wie ich finde. So, hier. Ah ja. Für das Enchantress Deck. Der Druid. Auch gar nicht mal so schlecht. Oh, die Corrosion. Für das Mill Deck. Auch nicht schlecht. Ein Switcheroo. Immer eine lustige Karte. Das ist auch ganz nice. Und die Alteration. Ja. Ja. Das ist jetzt nicht so übermäßig stark. Zwei Mana Aura. Wenn sie ins Spiel kommt, wähle eine Kreatur. Und die verzauberte Kreatur ist eine Kopie der gewählten Kreatur. Ja. Kann man ganz nett mit rumspielen. Ist jetzt aber nicht so der übermäßig krasse Effekt. Ja. Ja. Ist ganz nett. Ich wollte gerade sagen, nach dem Start gehen wir lieber direkt mal zum fünften Booster. Wir finden bestimmt noch was. Auch einmal eine 1-2 fliegend. Früher gab es das nicht. Damals, Leute. Damals. Wisst ihr noch, als wir die 1-1er Flyer spielen mussten? Das waren noch Zeiten. Die konnten noch von so einem Archer abgeschossen werden. Gute Karte. Der Pegasus. Smelt Nightmare Thirst. Als erste Ankammen. Ja. So in dem schwarz-weißen Live-Game Deck. Auch im Limited eine gute Karte. Aber so jetzt nicht übermäßig stark. Sift. Declare Dominance. Und. Hohoho. Der Engel. Was ist denn hier los, Leute? Das könnte hier eventuell das beste Bundle auf dem Kanal werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir so in der Vergangenheit alles aufgemacht haben. Aber das sieht hier schon ganz gut aus. Sehr starker Bieter. Hier der Engel. Vermutlich der stärkste Bieter der Edition. Gute Einzelkarte. 3 Mana, 3, 3 Flying. Eben mit dem Effekt wird er 5, 5 Flying Lifeling. Generiert dann eben immer die Engel-Token. Super Bombe. Also. Ja. Ich kann mich nicht beschweren. Krass. Sehr, sehr, sehr gut. Also haben wir schon. Puh. Halbzeit. Und es sieht jetzt schon gut aus. Mal gucken, ob wir noch irgendwie eine Bombe finden. Vielleicht eine schöne Foil. Wir hatten noch gar keine Foil. Wollen wir mal schauen. Oh. Omen Speaker into Lava Axe. Das könnte man fast schon so in ein Deck reintun. Giant Spider. Auch immer gute Limited-Karte. Wall of Wines. Ein paar Drachen haben wir ja auch. Zombies. Zombies haben wir auch. Boah. Es gibt so viele Karten, die ich hier gerne hätte. Und auch alles wieder so gute Uncommons. Für Limited. Fürs Limited. Super gut. Lightning Strike. Und das Sword of Valerian. Na. Na. Und der Prodigy in Foil. Das ist jetzt nicht so super stark. Semi-gutes Equipment. Kreatur kriegt plus 2, plus 0. Wachsamkeit ist zusätzlich ein Ritter. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, kriegen wir auch einen 2-2er Token, der mit angreift. Ist ein ganz guter Effekt. Kostet halt. Also der Effekt an sich ist ganz gut. Aber für 6 Mana insgesamt. Gibt es auf jeden Fall bessere Enchantments. Beziehungsweise halt bessere Equipments in diesem Fall. Ja. Bin ich nicht so überzeugt von. Und er ist eigentlich ein netter Agro-Bieter. Der Prodigy. Ein Mana 2-2 quasi. In so einem Artefakt-Deck. Ja. Geht besser. Wie gesagt. Wollen wir mal gucken. Booster Nr. 6. Uh. Geht los mit dem Instigator. Für das Goblin-Deck. Nice. Trumpet Blast. Auch eine gute Karte für die Goblin-Decks. Schöner Massenpump. Ach. Wo sind die Uncommons? Essens-Getter. Das kennen wir ja alles schon. Rupture Spire. Das Aegis. Das Skeleton. Ist nicht so verkehrt. Und Open the Graves. Uh. Die finde ich ganz cool. Gar nicht mal so schlecht. Auch für so grün-schwarze Sacrifice-Decks würde zum Beispiel mit Isarres sehr gut funktionieren. Immer wenn eine Non-Token-Kreatur stirbt, kriegen wir einen Zombie. Das ist eigentlich ganz nett. Habe ich im Commander-Video nämlich drüber geredet. Mir gefällt die Karte ganz gut. Wenn man das passende Deck hat, kann man damit ordentlich Zombies generieren. Ja. Die ist definitiv spielbar, würde ich sagen. So. Vor. Ne. Drittletztes Booster. Inspired Charge. Gwindel. Ja. Also die üblichen Limited-Karten halt. Wo sind die Uncommons? Da wird es ja interessant. Uh. Blanchwood Armor. Auch eine sehr gute Karte. Auch für grüne Stompy-Decks. Kann man vielleicht sogar mal... Kann man sie im Standard mal spielen? Mmh. Wir haben gerade beim Mono-Grün-Stompy-Deck echt gute Karten zur Verfügung. Gerade Lano war elf. Und dann die guten drei Mana-Kreaturen. Aber die Armor ist nicht schlecht im Limited. Richtig gut. Besonders auf dem grünen Pferd mit Hexproof zusammen. Also es ist auf jeden Fall eine gute Karte. Also quasi das im grün. Es ist eine sehr starke Kombination. Reinforcements auch sehr stark. Und ein Spit Flame. Keine vollen. Drei Mana. Vier Schaden auf eine Kreatur. Und wenn Drache das Spielfeld betritt, dürfen wir ein... Uh. Ein rotes bezahlen. Dann dürfen wir es vom Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Oh. Es ist ein Punishing Fire für Drachen. Das kenne ich noch gar nicht. Ist eigentlich ein ganz nettes Removal. Kann man... Kann man definitiv mal in einem Drachendeck zocken. Weil man das vielleicht rot-grün spielt. Ehe sehr viel Mana hat. Dann hat man hier echt ein sehr gutes Removal. Was man immer wieder verwenden kann. Auch sehr stark. Cool. Coole Casual-Karte würde ich sagen. Gar nicht mal so schlecht. So. Vorletztes Booster. Oh. Ich glaube ich sehe schon eine Feuil. Oder... Oder die Hülle glitzert von hinten. Das Booster. Oh. Bleibt spannend. Mal gucken. Ich habe es noch nicht gesehen. Cancel. Dreadmour. Auch immer nette Limited-Karte. Shock. Auch immer playable. Bei den Uncommons. Der Enzyklopädie. Ja. Haben auch manche gesagt. Kann man auch in Commander-Decks spielen. Ist halt eine farblose Möglichkeit, um Karten zu ziehen. Vielleicht auch fürs Limited. Ist nicht die schlechteste Karte. Oh. Der Bloodlord. Der ist nicht schlecht. Der Herald. Oh. Wir haben tatsächlich eine Feuil. Das Tomp. Und ein Feuildrachenei. Oh. Nice. Finde ich es eine coole Karte. Ist ein Klassiker. Tomp an sich auch ganz nett. Wenn man irgendwie seinen Friedhof manipuliert, kann man immer Fledermaus-Token machen. Ist eine ganz nette Karte. Halt für so Graveyard-basierte Decks. Vielleicht was mit Delph. Fürs Casual denke ich ganz in Ordnung. Oder eben auch für ein Commander-Deck wieder. Ist in Ordnung. Und ja. Letzte Booster. Sarkhan vorne drauf. Gucken. Finden wir noch was. Aber ansonsten. Das war schon ein gutes Bundle insgesamt. Ziemlich stark. Und ja. Gucken wir mal, was wir finden. Die Habock Devils finde ich auch ganz gut. Bone to Ash. Joa. Der Buggler. Auch nicht schlecht. Der Cage. Und der Master-Top da ist. Der ist gar nicht mal so schlecht, wie ich finde. Kann man ziemlich cool eben in so einem schwarz-blauen Artefakt-Deck spielen. Vielleicht mit Antiquities at War. Da ist er auch sehr gut, weil er einfach immer mehr Artefakte generiert. Kann später Artefakte opfern, um Karten nachzuziehen. Also ich finde ihn auf jeden Fall ziemlich, ziemlich stark. Und ja. Das war auf jeden Fall hier das erste Bundle. Beziehungsweise das Bundle-Unboxing auf dem Kanal. Insgesamt echt viele spielbare Karten. Spitflame nochmal hier mal in Überraschung. Ziemlich cool. Coole passende Rares zusammen. Hier die schwarzen Rares. Er ist gut. Dann Vivian und der Angel natürlich als Superbombe. Mistcaller recht speziell. Aber immer noch eine sehr gut spielbare Karte. Auch das Schwert kann man noch irgendwo benutzen, wenn man möchte. Aber da würde ich sagen, für ein Bundle. Das war auf jeden Fall schon mal sehr cool. Nochmal ein sehr cooler Start in die Unboxing-Season. Ich würde sagen, darauf können wir aufbauen. Bin super gespannt, was noch in den nächsten Boostern kommt. Aber ich hoffe jetzt erstmal, das Video hat euch gefallen. Einige Unboxing-Videos werden ja noch folgen. Und an der Stelle kann ich euch jetzt erstmal nur noch einen wunderschönen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.